Musik Ich heiße Isabella Scherer, ich bin 1985 in Bayern geboren und wohne in Berlin. Musik Meine Vision, glaubst du, die soll ich jetzt verraten? Nein. Nein. Übrigens, hier wohnen wir. Ja, übrigens, hier wohnen wir. Also kochen, küssen uns, schlafen, hören Musik. Warten wir mal Sex ab und zu. Kann man mal zugucken. Ja, das ist unser neues Projekt. Ja, wir sind mit dem Internet verbunden. Nee, wirklich, ich hab kein Problem mit Authentizität. Ja, Authentizität. Echt? Ja, glaub schon. Egal. Total egal. Okay. Wollen wir was kochen? Ja. Es gibt nur was, was ich so meide, wie Rosenkohl und Brokkoli esse ich nicht so oft. Was machst du mit meinem Kiez noch? Lass mich raus! Du musst nur reden. Ich will jetzt raus. Ich will die Schüssel. Nein, du musst nicht gehen. Du kannst nicht einfach gehen. Du kranker Vollidiot! Ich verstehe dich nicht. Scheiß, scheiß Problem. Lass mich hier raus! Lass mich hier raus! Diese Schwarzen mit den Haaren, die immer dieses machen sie auch so mit den Klatschen, die voll auf dem Zoo auch sind. In Hamburgshaus, ich liebe dich, der Kieroshaus auf Ibiza und verliebt sich ein Japaner. Lass uns fest die Tauben heute, dass die Welt nicht beginnt. Ich wollte eigentlich rechts gehen, aber du bist nichts gelaufen. Gehen wir mal da lang. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020